Elektroautos, Reichweitenangst auf der einen Seite oder echte Reichweitenprobleme? Dieser Fragestellung möchte ich hier nachgehen und zwar möglichst differenziert. Reichweiten sind eine Zahl, die gemessen wird nach dem WLTP-Zyklus, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Das bedeutet, dass man ein Fahrprofil hat mit verschiedenen Geschwindigkeiten und verschiedenen Zeitdauern, was dann so aussieht. Sie fahren mit dem Fahrzeug eine halbe Stunde, 1800 Sekunden in der Gegend herum und ändern Geschwindigkeiten auf verschiedene Höhen. Sie haben hier typischen Stadtverkehr, den Verkehr zwischen Stadt und vielleicht Vorstadt, Überlandverkehr, Autobahnverkehr abgebildet. Das ist ein, denke ich, auch relativ realistisches Fahrprofil, was auch ungefähr auf meinen Weg zur Arbeit zutrifft. Der WLTP-Zyklus gibt Ihnen üblicherweise eine Zahl. Die Reichweite mit einer Akkuladung und das können Sie auch auf dem Tank umrechnen. Wenn Sie 6 Liter auf 100 Kilometer Verbrauch mit Ihrem Benzin und 36 Liter im Tank haben, haben Sie eine Reichweite von 600 Kilometern und das können Sie direkt vergleichen mit den Reichweitenangaben bei Elektrofahrzeugen. Hier wird nämlich üblicherweise die Reichweite angegeben. Sie haben hier zwei Fahrzeuge, deren Hersteller geben, und das finde ich sehr fair, begrüße ich wirklich, also top Sache, haben einen Reichweitenrechner, nicht nur die Zahl. Die Zahl sehen Sie hier als erstes. Das ist der Renault Zoe ZE50 mit 50 Kilowattstunden Batterie, deswegen auch die Namensgebung ZE für Zero Emission, würde ich mal vermuten. Sie haben auf der anderen Seite den Peugeot E208. Aktuelle Fahrzeuge, die Daten oder diese Rechner habe ich im Oktober 2020 abgerufen. Wir schauen uns zunächst an, die realen Reichweiten, also real nach diesem Reichweitenrechner der Hersteller, unter optimalen Bedingungen, das heißt 20 Grad Celsius, keine besonderen sportlichen Programme entsprechend eingestellt. Und das Ganze aber einmal, und das ist eine seltene Darstellung, ich habe sie bisher nicht gesehen, abhängig von der Geschwindigkeit. Nicht nur eine Zahl, über die dann die Köpfe sich eingeschlagen wird, sondern ein Graphen, den man erstmal verstehen muss. Also so schwer ist es nicht, aber man muss ihn ja erstmal sehen. Jetzt halte ich die Hände auch so unten, dass man ihn gut sehen kann. Rot sehen Sie den entsprechenden Renault Zoe, blau den Peugeot. Und die horizontalen Linien sind wieder der WLTP-Wert, der ja nicht nach der Geschwindigkeit differenziert ist. Und hier können Sie ihn nach der Geschwindigkeit vergleichen. Oder mit der geschwindigkeitsabhängigen Reichweite vergleichen. Sie sehen passend in den Farben, dass Sie bei dem Renault bei etwa 70 Kilometer pro Stunde auch das hinbekommen, was der WLTP-Zyklus vorschreibt. Bei Konstant 70. Bei dem Renault, nein, Entschuldigung, bei dem Peugeot in blau dargestellt, ist es etwas mehr. Aber Sie sehen, das sind so ungefähr die 70 Kilometer pro Stunde. Im Schnitt, hier Konstant, aber im Schnitt auch im WLTP-Zyklus, die so ungefähr das Ihnen geben, was die Reichweitenangaben, die offiziellen sind. Aber Sie erkennen natürlich sofort, okay, wenn ich schneller werde, schmelzen mir die Reichweiten zusammen. Das heißt, wenn ich bei dem Renault Zoe von 70 Kilometer pro Stunde auf 130 gehe, geht meine Reichweite auf etwa die Hälfte herunter. Und für den Peugeot in blau dargestellt Ähnliches. Allerdings gehen die Reichweiten auch hoch, wenn sie langsamer fahren. Und da kommen wir gleich darauf zurück, woran das liegt. Wir schauen uns jetzt noch einmal an. Und das finde ich auch eben top, dass es in diesen Rechnern möglich ist, einfach ein Spiel mal anzuschauen. Sie können auch die realen Reichweiten bei 0 Grad Celsius und eingeschalteter Heizung sich anschauen. Auch wieder abhängig von der Geschwindigkeit. Sie können sogar tiefere Temperaturen einstellen. Dann geht es noch mal runter mit der Reichweite. Habe ich hier nicht gemacht. Wir wollen realistisch bleiben für das, was in Deutschland üblich ist. Und Sie sehen ähnliches Verhalten der Graphen. Rot zu Rot ist vergleichbar. Durchgezogen, optimale Bedingungen, gestrichelt, schlechtere Bedingungen. Worst Case oder Medium Worst Case Szenario. Blau für das zweite Fahrzeug auch wieder im Vergleich. Sie sehen, dass Sie tatsächlich dann in der Reichweite irgendwo bei Autobahnfahrten auf 150 Kilometer herunterkommen. muss man einfach wissen, bevor man ein solches Fahrzeug kauft und sagt, okay, 400 Kilometer ist gut. Aber wenn Sie viel im Winter unterwegs sind oder auch viel auf der Autobahn fahren wollen, ist es nicht mehr gut. Dann stimmt der WLTP-Wert nicht mehr in dem Maße. Es ist natürlich schön, was im Moment alle machen, auf die Elektrofahrzeuge zu schauen. Aber ich finde, ein Blick zurück in die Historie des Automobils, die auch noch allgegenwärtig ist, den Verbrenner, Benziner in dem Fall, soll man mal vergleichen. Wie sieht es eigentlich bei diesen Fahrzeugen mit der Reichweite aus, abhängig von der Geschwindigkeit? Ich glaube, Sie alle kennen das, bei etwa 90 bis 100 Kilometer pro Stunde kommen Sie am weitesten mit diesen Fahrzeugen. Wenn Sie mit der Geschwindigkeit runtergehen, also eher so Richtung Stadtverkehr, geht die Reichweite runter, weil ja der Verbrauch pro 100 Kilometer hochgeht. Und wenn Sie sehr schnell fahren, also für mich sind 130 Kilometer pro Stunde in meinem Fahrzeug einem relativ einfachen, so am unteren Ende Nahrungskette der Fahrzeuge befindlichen Fahrzeug, da merken Sie auch, bei 130 geht dann der Spritbedarf hoch. Das macht nicht mehr so viel Spaß. Die 130 sind jetzt auch so, kann man mal ein Stück weit fahren, auch mal eine Stunde, aber mehr will man das nicht. Man merkt, dass der Verbrauch tatsächlich ein bisschen hoch geht. Während Sie bei konstanten Autobahnfahrten, wo Sie einfach sagen 100 Kilometer pro Stunde, kommen Sie mit 6 Liter, 6,5 Liter hin, 42 Liter Tank, also die 6,5 kriege ich immer hin. Auch im stadtartigen Verkehr, so ein bisschen Mix, komme ich selten über 6,7 Liter. Ich habe einmal 7,5 Liter geschafft, da war auch dann so einmal eine Staufahrt, also ein Stausstillstand von einer Stunde drin. Brauense Sprit kommen aber 0 Kilometer weit. Wenn Sie sich das so anschauen, ist der Verbrenner wirklich besser als das Elektroauto. Was die Reichweiten angeht. Dem wollen wir gleich nachgehen. Denn es könnte auch sein, dass vielleicht das Elektroauto ehrlicher ist, was die Physik angeht. Gehen wir direkt zu einem Rechenbeispiel. Und das ist das, was ich gesagt habe. Bei dem Elektroauto geht er mit höheren Geschwindigkeiten die Reichweite deutlich zurück. Wir nehmen ein Fahrzeug, 20 Kilowattstunden Energiebedarf pro 100 Kilometer. Wir fahren 100 Kilometer pro Stunde, dann gilt diese Zahl. Bei anderen Geschwindigkeiten haben Sie andere spezifische Energieverbräuche bezogen auf die Strecke. Also, das sind die Betriebsbedingungen. Wir haben einen Akku von 50 Kilowattstunden, im unteren Segment eine gute Ausstattung. Und damit ergibt sich eine Reichweite von 250 Kilometern. Sie haben 50 Liter in einem Kanister, einfach als Analogie. Ihnen laufen 20 Liter pro Stunde raus. Dann haben Sie nach zweieinhalb Stunden den Kanister leer laufen lassen. Also, zweieinhalb Stunden können Sie diesen Prozess aufrechterhalten. Sie fahren jetzt wieder zurück in unserem Autobeispiel mit 100 Kilometer pro Stunde. Zweieinhalb Stunden lang 250 Kilometer. Das passt dann. So, 100 Kilometer pro Stunde. Jetzt werden Sie doppelt so schnell. Wir wollten ja uns anschauen, warum wird es bei höheren Geschwindigkeiten so mau mit der Reichweite. Und wenn Sie die Geschwindigkeit verdoppeln, dann kommt die Physik ins Spiel. Die sagt nämlich, der Luftwiderstand wird vervierfacht. Der läuft mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Das heißt, Verdoppelung der Geschwindigkeit bedeutet vierfach höherer Luftwiderstand. Verdreifachen der Geschwindigkeit neunfach höherer Luftwiderstand. Das gilt für Geschwindigkeiten ab circa 100 Kilometer pro Stunde. Also, das fängt vorher natürlich schon an. Und wenn Sie bei 100 Kilometer pro Stunde 20 Kilowatt Leistung brauchen, aber bei 200 Kilometer pro Stunde gegen den vierfachen Luftwiderstand anarbeiten müssen, müssen Sie eine vierfache Leistung dem entgegensetzen. Also brauchen Sie die 80 kW Leistung. Das erklärt auch, warum ich mit meinem Polo mit 45 Kilowatt Leistung niemals 200 Kilometer pro Stunde schaffen kann. Der hat einfach nicht die 80 kW Leistung, um das schaffen zu können. Die Betriebsdauer ist ja, wie wir das eben gesehen haben, ich hatte es kurz genannt, das sind dann die zweieinhalb Stunden und daraus resultieren die 250 Kilometer Reichweite. Schauen wir uns das für die Geschichte an mit der doppelt so hohen Geschwindigkeit und der vierfachen Leistung oder viermal schnelleren Energieentnahme aus der Batterie. Da haben Sie natürlich nur ein Viertel der Zeit, wo Sie fahren können. Das sind dann 0,63 Stunden oder in besser verstehbaren Einheiten 38 Minuten. Also statt zweieinhalb Stunden sind Sie nur noch 38 Minuten unterwegs. Aber Sie sind ja auch doppelt so schnell unterwegs. Also haben Sie in den 38 Minuten immerhin 125 Kilometer geschafft. Das Resultat ist, dass Sie bei der vierfachen, bei der doppelten Geschwindigkeit am Ende halb so weit kommen. Die Reichweite wird auf die Hälfte reduziert. Der spezifische Energiebedarf steigt dann von 20 Kilowattstunden auf 40 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das sind jetzt reine Rechnungen, aber ich habe mir einige YouTube-Filme angeschaut, wo auch Leute, die wirklich Fans der Elektromobilität sind, also wo dann vielleicht der Bias auch ein bisschen positiv ist, die haben letztendlich ähnliche Werte rausbekommen. Das heißt, die Physik scheint dort zu funktionieren. Und der hohe Wirkungsgrad der Elektrofahrzeuge macht die Physik sichtbar. Also das heißt nicht, dass die Elektroautos schlechter sind. Sie sind tatsächlich ehrlicher. Jetzt müssen wir uns nochmal im Vergleich dazu den Verbrenner anschauen. Warum sieht man das bei dem nicht? Ein ganz wichtiger Punkt. Im Lastwechselbetrieb, also beschleunigen, viel Last, dann gehen Sie wieder runter vom Gas, wenig Last, Sie lassen den Wagen mehr oder weniger rollen. Da ist der Wirkungsgrad Größenordnung 20%. Also nicht, wenn Sie im Stau stehen, da wird der, reden wir gar nicht drüber. Also 20% im Normalbetrieb, ordentliche Stadtfahrt, normales Verkehrsaufkommen. Wenn Sie auf der Autobahn fahren, ist der übliche Fahrbetrieb, dass Sie den Motor relativ konstant fahren. Also Sie halten letztendlich den Gasfuß relativ konstant, wenn Sie es noch manuell machen müssen. Das Ding fährt, der Motor freut sich, dass er letztendlich unter gleichmäßigen Bedingungen vorankommt. Und da freut sich auch die Energiebilanz. Das heißt, der Wirkungsgrad wird auf 30% etwa steigen. Und hier ist es so, dass bei den schnellen Autobahnfahrten zwar der Energieaufwand, nein, der Leistungsaufwand größer wird, um die Geschwindigkeit zu halten, aber der Wirkungsgrad steigt und damit wird weniger Sprit gebraucht oder eine vergleichbare Spritmenge gebraucht. Die technischen Eigenschaften des Motors verschleiern damit die Physik, die hinter dem höheren Luftwiderstand und der damit höheren nötigen Leistung steht. Also Technik verschleiert die Physik. Und deswegen sieht das eben auch so aus, als wäre der Verbrennungsmotor eben irgendwie viel kalkulierbarer. Also ist er auch, aber nicht aus physikalischen Gründen, sondern einer Kombination Physik und Technik. Und nochmal zur Wiederholung, das Elektroautor ist so effizient, dass sie die Physik tatsächlich dahinter sehen des erhöhten Luftwiderstandes. Damit kann man feststellen, dass die Reichweiten bei schnellen Fahrten deutlich sinken. Das ist, wie gesagt, in der Natur der Sache angelegt. Und das ist begründet, weil die Elektroautos eben tatsächlich eine sagenhafte Effizienz haben und der Wirkungsgrad bei fast allen Fahrbedingungen ähnlich hoch ist. Ja, sollen wir dann mehr Schnellladesäulen installieren? Ist das vielleicht der Ausweg? Da kann man geteilter Meinung zu sein. Deswegen ein entschiedenes Jein. Denn einerseits, klar, wir brauchen Schnellladesäulen für Leute, die mit Elektromobilität unterwegs sind und längere Strecken zurücklegen wollen. Aber ist die eigentliche Eigenschaft, die grundlegende, geniale Eigenschaft des Elektrofahrzeuges dadurch nicht konterkariert worden, durch diesen auch in der Bundesregierung angedachten Ausbau der Fernstreckennetze mit Schnellladesäulen. Denn Elektroautos sind ja tatsächlich eine sinnvolle Ergänzung des variabel anfallenden Sonnen- und Windstroms. Und wenn die Elektroautos dann einfach nur gelegentlich schnell geladen werden, ist es schwieriger, das Energieangebot, das Variable-Energie-Angebot und die Nachfrage entsprechend auszugleichen. Und da wäre es vielleicht tatsächlich sinnvoller, viele Nicht-Schnellladesäulen zu verwenden, die eben auf Parkplätzen, da wo man eh rumsteht, die Autos laden können, anstatt jetzt eine wahnsinnig teure und aufwendige Infrastruktur für Schnellladesäulen aufzubauen. Und dazu vielleicht auch nochmal einfach einen Punkt. Sie fahren 20.000 Kilometer im Jahr, Sie haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit viel Autobahn von 100 Kilometer pro Stunde, dann sitzen Sie 200 Stunden im Auto. 100 Kilometer pro Stunde, 200 Stunden im Auto. Das Jahr hat aber etwa 9.000 Stunden, das heißt, das Auto steht eigentlich. Es ist kein Fahrzeug, es ist eigentlich ein Stehzeug. Und wenn man sozusagen mit vielen einfachen Ladepunkten, mit 3 kW, das Auto immer sozusagen dann mit Strom versorgt, wenn er kommt, wäre das sicherlich die bessere Verwendung von Elektrofahrzeugen. Aber da haben wir natürlich das Problem, die Fernstrecken sind schwierig zu bedienen, weil der Akku ja bei etwas höheren Geschwindigkeiten dann doch deutlich schneller leer wird. Also brauchen wir eigentlich neue Batterietechnik. Eben Batterien mit geringerer, nein, spreche ich es einfach so rum, aus anderer Richtung höherer Energiedichte. Also mehr Energie pro Masse, mehr Energie pro Volumen und natürlich auch deutlich geringeren Kosten. Also wenn wir auf die Hälfte runterkommen mit den Kosten und die Energiedichte verdoppeln, wären Reichweiten von 600 Kilometer mit einer Akkuladung bei 100 Kilometer pro Stunde durchaus im bezahlbaren Bereich. Also nicht für jeden natürlich, aber würden dann sozusagen in vernünftiges Maß kommen. Wir brauchen aber auch, zumindest nach meiner Auffassung, synthetische Kraftstoffe, die uns die nächsten 10, 20 Jahre helfen, die Migration zu machen. Denn es gibt ja auch Fahrzeuge, die wirklich nur Langstrecke machen, bei 90 Kilometer pro Stunde, nennt man Lastkraftwagen. Die kann man elektrisch nur schwerlich bedienen, auch bei einer Verdoppelung der Energiedichte und Halbierung des Preises, halte ich das noch für gewagt, darüber nachzudenken. Und selbst der Wasserstoff, nicht, dass ich Wasserstoff für besonders praktikabel halte, aber wenn er leicht herzustellen ist, gut zu verwerten ist, gerade in etwas größeren Fahrzeugen, warum nicht? Und das soll in der nächsten Zeile klargestellt werden. Warum sollen nicht Batterien, synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff und natürlich auch fossile Kraftstoffe in einer Übergangsphase nicht dort ihre Rolle spielen, wo sie sinnvoll zu verwenden sind? Es ist Unsinn, das Elektroauto durchzudrücken mit massivem Aufwand in staatswirtschaftlichem Denken, wenn wir doch verschiedene Optionen haben, die eben ihre Rolle spielen dürfen sollen. Ganz ohne Denkverbote. Ja, und auch ein Denkverbot, das geistert so ein bisschen durch die Welt. Also, die Hybride, die derzeit verkauft werden mit 50 Kilometer Reichweite, unter besten Bedingungen, die halte ich auch für ziemlich unsinnig. Zumindest aus meiner Perspektive. Aber wenn ein Hybridfahrzeug einen vollelektrischen Antriebsstrang hat, sprich, das fährt immer elektrisch, und hat eine Reichweite von etwa 120 Kilometern Best Case, dann habe ich tatsächlich die 60 Kilometer auch Worst Case, oder 50 Kilometer Worst Case mit ein bisschen Akku, Degeneration über sieben, acht Jahre. Da kann ich meinen Pendelverkehr sogar für zwei Tage durchführen. Also, bei mir sind es etwa 30 Kilometer pro Tag. 60 Kilometer Worst Case Reichweite würde heißen, zwei Tage. Ich kann auch mal einmal nachts das Ding nicht an die Steckdose hängen. Aber die 10, 15 Kilowattstunden, die ich dann täglich verbrauche, habe ich ja auch in vier Stunden eingespeist mit einem Standard-Hausanschluss. Heißt, wenn ich um zwölf denke, ach, ich muss ja noch mein Auto an die Steckdose hängen und muss am nächsten Morgen um sechs Uhr losfahren, überhaupt kein Problem. Lässt sich alles machen. Und insofern sollten auch Hybridsysteme kein Denkverbot darstellen. Denn sonst ist das Elektroauto eher noch auf mittlere Sicht fünf Jahre das Zweitauto für Leute, die das Geld haben und den Platz haben und die Steckdose haben, während der Rest leer ausgeht.